Wir sind Biogasanlagenbetreiber in der zweiten Generation und wollen euch verdeutlichen, wie die Pläne der Bundesregierung zur Erlösabschöpfung bei erneuerbaren Energien sich auf unseren Betriebszweig und die Existenz aller Biogasanlagenbetreiber auswirken. Ursprünglich hatte das EEG den Sinn, Biogasanlagen zu fördern und über 20 Jahre wirtschaftlich Strom, Gas und Wärme produzieren zu können und so zukunftsorientiert aufzustellen. Inzwischen enden viele Laufzeiten dieser Anlagen und müssen sich auf dem Strom- oder Gasmarkt platzieren. Die Biogasbranche hat mit großen Kostensteigerungen zu kämpfen, welche aktuell mit den Erlösen aus dem EEG nicht mehr zu decken sind. Der Begriff Zusatzerlöse auf dem freien Markt ist somit als Mehrkostenausgleich zu sehen, um unsere Biogasanlagen weiter betreiben zu können. Biogas hebt sich durch die Speicherbarkeit von anderen regenerativen Energien wie Solar- und Windenergie ab. Sie kann dann abgerufen werden, wann sie benötigt wird. Künftig sollte auch das enorme Potenzial des noch ungenutzten Wirtschaftsdüngers genutzt werden. Investitionen in diesem Bereich sind unerlässlich, wenn die Energiewende wie geplant gelingen soll. Generell verfolgen wir als junge Unternehmer unbedingt das Ziel, in erneuerbare Energien zu investieren. Allerdings schwindet mit den politischen Entscheidungen jegliche Verlässlichkeit und Planungssicherheit, was große Investitionen stark gefährdet. Die Pläne zur Erlösabschöpfung gefährden die Bioenergie, die gerade in der Energiekrise dringend gebraucht wird. Dieser Vorschlag muss korrigiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017